Hallo Herr, dann gehen wir los. Die, 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 die. Alles klar Freunde, da wollen wir mal wieder durchdrehen, na? Achtung, hier spricht Kapitel. Willkommen am Wort. Angst. Sicherheitskontrolle anliegen, rauchen einstellt. Nur noch, es soll nicht losgehen und überlassen alles andere hier. Achtung, wir schnacken uns. So, auf der Hohen mit euch. Jetzt nehmen wir auf die Karre. Wuhuuu! Jawohl, Freunde! Hier geht's mir! Und jetzt wollen wir nach Zampfer! Hier ist... Test-Seite in der Hohen. Beide Händchen an der Zeitgesinke. Wir wollen euch fliegen sehen! Jawohl! Jawohl, das geht schon mal ganz gut hier! Oh, 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 oh! Ach, wenn's... So, wir machen uns mit den Gästen. Wir machen uns mit den Gästen. Ja, wir machen uns mit den Gästen. Oh, oh, oh! Und jetzt... Schmuck in die Gäste! Und jetzt... Junge, ist das ne geile Kammerz! Wir wollen noch mal zappen, das Ganze von vorne noch andersrum. Nicht zweiter Hummel! Boah, ja, die will sie mal! Ei, ei, ei! Oh, das kommt wohl weiter! So, kleine Verschlauchpause, hm? So, wie schaut's aus bei euch? Wollt ihr noch mehr? Ja! Ei, 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 ei! Seid mal ein bisschen lauter! Wollt ihr noch mehr? Alles klar! Komm, weiter geht noch! Weiter geht noch! Los! Das ist gut! Jetzt immer die Hörny! Wir haben jetzt die letzte Kurle! Wir haben jetzt den Finale! Oh! 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 Wir laden wieder! Ihr habt's gepackt, Leute. Nach die Station, mit den Hörnerjuschen können! So.... Oh, jetzt geht's aus. Jetzt können wir die Tickets losen für die heißen Fahrzeuge. Jetzt wieder hinein in die Geile.